Wenn du einfach Geld verdienen willst, dann suche nach leichten Jobs, wie Gassigehen mit Hunden, Gartenarbeit oder Erledigungen für deine älteren Nachbarn. Verkaufe Dinge, die du nicht mehr brauchst, wie Bücher, CDs, DVDs, Möbel und Kleidung. Nutze deine Talente, um Geld zu verdienen, indem du beispielsweise selbstgebasteltes verkaufst, Fotos bei Veranstaltungen machst, Webbilder gestaltest oder einen Blog über etwas schreibst, das du liebst. Wenn du ein Auto hast, versuche für Fahrgemeinschaften oder Auslieferdienste zu arbeiten, da du so deine eigene Arbeitszeit und das Pensum einteilen kannst. Für längerfristiges Geld verdienen, erwäge den Besuch an einer Handelsschule, einer Volkshochschule oder einer Universität.